Magnesium ist ein wesentliches Mineral für die optimale Funktion unseres Körpers und seine Bedeutung wird verstärkt, wenn es mit anderen Schlüsselnährstoffen wie Zink und Selen kombiniert wird. Im Folgenden werden wir einige Vorteile von Chelatiertem Magnesium, Zink und Selen untersuchen und wie diese Kombination ihre allgemeine Gesundheit verbessern kann. Es verbessert die Knochengesundheit. Magnesium, Zink und Selen arbeiten zusammen, um die Knochen zu stärken und Krankheiten wie Osteoporose vorzubeugen. Es reguliert den Blutdruck. Magnesium hilft, den Blutdruck zu regulieren, während Zink und Selen die allgemeine Herz-Kreislauf-Gesundheit fördern. Es unterstützt die Muskelfunktion. Diese Nährstoffe sind wesentlich für eine angemessene Muskelkontraktion und die Verhinderung von Krämpfen. Es verbessert die Gehirnfunktion. Magnesium, Zink und Selen sind wichtig für die Gehirngesundheit und können helfen, neurodegenerative Krankheiten zu verhindern. Es reguliert den Blutzucker. Die Kombination von Magnesium, Zink und Selen kann helfen, den Blutzuckerspiegel zu regulieren, was für Menschen mit Diabetes oder einem Risiko für die Entwicklung von Diabetes vorteilhaft ist. Es stärkt das Immunsystem. Diese Nährstoffe sind entscheidend für die Stärkung des Immunsystems und die Verhinderung von Infektionen. Es reduziert Entzündungen. Magnesium, Zink und Selen haben entzündungshemmende Eigenschaften, die helfen können, Entzündungen im Körper zu reduzieren. Es verbessert die Augengesundheit. Diese Nährstoffe sind wichtig für die Augengesundheit und können helfen, Krankheiten wie Makuladegeneration zu verhindern. Fördert die Hautgesundheit. Magnesium, Zink und Selen sind wichtig für die Hautgesundheit und können helfen, vorzeitige Alterung zu verhindern. Unterstützt die Schilddrüsenfunktion. Zink und Selen sind wesentlich für eine angemessene Schilddrüsenfunktion, während Magnesium ebenfalls eine Rolle in diesem Prozess spielen kann. Hilft bei der Verdauung. Diese Nährstoffe können die Verdauung verbessern und Probleme wie Verstopfung verhindern. Fördert die Haargesundheit. Magnesium, Zink und Selen sind wichtig für die Haargesundheit und können helfen, Haarausfall zu verhindern. Reduziert Stress. Magnesium ist bekannt für seine entspannenden Effekte, während Zink und Selen auch dazu beitragen können, Stresslevel zu reduzieren. Verbessert die Schlafqualität. Diese Nährstoffe können einen erholsamen Schlaf fördern und Probleme wie Schlaflosigkeit verhindern. Unterstützt die hormonelle Funktion. Zink und Selen sind wichtig für die Regulierung der Hormone im Körper, während Magnesium ebenfalls eine Rolle in diesem Prozess spielen kann. Fördert die reproduktive Gesundheit. Diese Nährstoffe sind wesentlich für die reproduktive Gesundheit von Männern und Frauen. Hilft bei der Entgiftung. Magnesium, Zink und Selen sind wichtig, um die Entgiftungsprozesse im Körper zu unterstützen. Verbessert die körperliche Ausdauer. Diese Nährstoffe können helfen, die körperliche Ausdauer zu verbessern und eine bessere sportliche Leistung zu fördern. Steigert die Energie. Die Kombination aus Magnesium, Zink und Selen kann helfen, das allgemeine Energieniveau zu erhöhen. Fördert die Herzgesundheit. Diese Nährstoffe sind wichtig für die Gesundheit des Herzens und können helfen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorzubeugen. Verbessert die Aufnahme anderer Nährstoffe. Magnesium, Zink und Selen sind wichtig, um die Aufnahme anderer Nährstoffe im Körper zu verbessern. Schützt vor oxidativem Schaden. Diese Nährstoffe haben antioxidative Eigenschaften, die vor oxidativem Schaden im Körper schützen können. Hilft beim Abnehmen. Die Kombination aus Magnesium, Zink und Selen kann helfen, den Stoffwechsel zu regulieren und die Gewichtsabnahme zu fördern. Fördert die Atemwegsgesundheit. Diese Nährstoffe sind wichtig für die Gesundheit der Atemwege und können helfen, Krankheiten wie Asthma vorzubeugen. Unterstützt die Leberfunktion. Magnesium, Zink und Selen sind wichtig, um die Gesundheit der Leber zu fördern und Lebererkrankungen vorzubeugen. Verbessert die Nierengesundheit. Diese Nährstoffe sind wesentlich, um die Nierengesundheit zu fördern und Probleme wie Nierensteine zu verhindern. Fördert die Darmgesundheit. Magnesium, Zink und Selen können helfen, die Darmgesundheit zu fördern und Probleme wie das Reizdarmsyndrom zu verhindern. Reduziert Prämenströle-Symptome. Die Kombination aus Magnesium, Zink und Selen kann helfen, Prämenströle-Symptome bei Frauen zu reduzieren. Unterstützt die Gelenkfunktion. Diese Nährstoffe sind wichtig, um die Gesundheit der Gelenke zu fördern und Probleme wie Arthritis zu verhindern. Verbessert die Mundgesundheit. Magnesium, Zink und Selen sind wichtig, um die Mundgesundheit zu fördern und Probleme wie Karis zu verhindern. Schützt vor degenerativen Krankheiten. Diese Nährstoffe können helfen, vor degenerativen Krankheiten wie Alzheimer oder Parkinson zu schützen. Fördert eine strahlende Haut. Die Kombination aus Magnesium, Zink und Selen kann helfen, eine strahlende und jugendliche Haut zu fördern. Unterstützt die metabolische Funktion. Diese Nährstoffe sind wesentlich für eine angemessene metabolische Funktion im Körper. Verbessert die Immunantwort. Magnesium, Zink und Selen können die Immunantwort des Körpers gegen Krankheiten und Infektionen verbessern. Hilft bei der Wundheilung. Diese Nährstoffe sind wichtig, um eine angemessene Heilung von Wunden und Verletzungen zu fördern. Fördert eine gute Blutzirkulation. Die Kombination aus Magnesium, Zink und Selen kann helfen, eine gute Blutzirkulation im ganzen Körper zu fördern. Unterstützt die kognitive Funktion. Diese Nährstoffe sind wichtig für eine optimale kognitive Funktion und können helfen, Krankheiten wie kognitive Beeinträchtigungen zu verhindern. Verbessert die Spermienqualität. Magnesium, Zink und Selen sind wichtig, um eine optimale Spermienqualität bei Männern zu fördern. Schützt vor freien Radikalen. Diese Nährstoffe haben antioxidative Eigenschaften, die den Körper vor freien Radikalen schützen können. Fördert eine gute Haltung. Die Kombination aus Magnesium, Zink und Selen kann eine gute Haltung fördern und Rückenprobleme verhindern. Unterstützt die Funktion des Nervensystems. Diese Nährstoffe sind Essenziel für eine angemessene Nervenfunktion im gesamten Körper. Verbessert die Haarqualität. Magnesium, Zink und Selen sind wichtig, um eine optimale Haarqualität zu fördern. Fördert eine gute Verdauung. Die Kombination aus Magnesium, Zink und Selen kann eine gute Verdauung fördern und Probleme wie Sodbrennen verhindern. Unterstützt die endokrine Funktion. Diese Nährstoffe sind wichtig für die Regulierung der endokrinen Drüsen im Körper. Verbessert die Schlafqualität. Magnesium, Zink und Selen können helfen, die Schlafqualität zu verbessern und einen erholsamen Schlaf zu fördern. Zusammenfassend bieten Gelat Magnesium, Zink und Selen eine breite Palette von Gesundheitsvorteilen, wenn sie zusammen eingenommen werden. Von der Stärkung der Knochen bis zur Verbesserung der Schlafqualität spielen diese Nährstoffe eine entscheidende Rolle in fast allen Aspekten unserer allgemeinen Gesundheit. Erwägen Sie die Einnahme eines Nahrungsergänzungsmittels, das diese starke Kombination von Nährstoffen enthält, um alle ihre Vorteile voll auszuschöpfen. Untertitelung des Zink und Selen